Um euch eine eventuelle Wartezeit vor Ort zu ersparen, bitten wir euch, euren gewünschten Termin online zu buchen. Die Anmeldung zum Spiel findet im Tourismusbüro im Ortszentrum statt. Hier bekommt ihr von uns alles, was ihr benötigt, um Radstadt vor einem bösen Fluch zu retten. Und wir erklären euch, worauf ihr beim Spiel achten müsst. Bei unserem Spiel gibt es kein Tablet oder Smartphone, sondern einen magischen Stein. Mit dessen Hilfe ihr die Rätsel lösen und Türen öffnen könnt. Also immer gut zuhören! Die Rätselreise führt euch quer durch unser Städtchen und ihr dürft geheime Räume betreten, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind. Wenn ihr Kleinkinder oder Hunde mitnehmt, bitte beachtet, dass ihr euch teilweise in dunklen und kühlen Räumen mit Lichteffekten und lauten Geräuschen befindet. Also Eichhörnchen, lasst das Abenteuer beginnen!